ja moin moin herzlich willkommen zurück zu let's play league of legends in unserer schönen arm arena wieder fünfer team am start volles haus full haus verstehst du es ist so klar heute die edition in pringles und dritten stahl heute was da los mal ganz neue sitte so und Ja, heute mal ein Let's Schweigen, ne? In Pringles-Edition. Damit man original immer die Pringles hört. Manchmal möchte man sich einfach nur zurücklehnen beim Zuschauen, ne? Kann ich auch verstehen. Ja, möchte erstmal fließen. Genau, nicht immer so komische Leute da labern hören, ey. Genau. Bleib mal stehen. Boxschuss-Counter? Inklusive Boxschuss-Counter, genau. Und weil es das auf YouTube ja noch nicht gibt, deswegen fühlen wir das einfach mal ein, dieses Let's Schweigen. Die hätte ich gehabt. Und du hast den Klon angegriffen. Nee. Doch. Pst. Das weiß er zu schon noch nicht. Let's schauen. Gold, ne? Das Gold nehme ich ja. Das nehme ich halt trotzdem gern. Echt? Ja, das Gold nehme ich trotzdem gern, deswegen. Warum nicht, ey? Fokust mich doch, ey. Meine Fresse. Mir doch scheißegal jetzt. Zoll. Ja, die originalen Pringles hoffentlich, ne? Warum dann so, ich das verstehe ich nicht. Achso, ah! Super, ah! Ich hab eigenhändig nochmal ein halbes Kilo Salz drüber geschüttet. Nein. Das macht aber ein Späßchen hier. Spülkis treibt er mit uns. Wirklich. Spülkis. Köln. Oh no! Das ist mit Soße. Warte, warte. Heißen die Special K? Ich dachte jetzt nur K. So kenne ich das. Oder war das wieder das komplett anderes? Ja, das sind... Relog Special K? Ja, nicht wahr. Trotzdem genauer. Lass dich nicht eisreit erwischen. Hehehe. Von hinten zu mir den Anlauf. Ja, ich weiß auch nicht. Schade, jetzt ruhig ich mir ein Ruf. Ja, danke übrigens für die Lacko. Ja, das gleiche. Ja, ja. Hell to German. Hell to German. Der war nicht. Aha. Ja. Genau, er muss über meine Wand flaschen. Okay. Ich bin aber ein anderes Wesen. Ich rede doch nicht von dir. Ja, ich bin aber ein Vogel. Es ist ein Vogel, es ist ein Flugzeug. Es ist ein Nivea. Es ist ein Manuel Neuer. Wichtig. Oh, ich taub schien. Los, Gewitter. Seinsider. Ach lol, jetzt sehe ich es. Er ist der Gleitkrieg mit Degel. Oh Gott. Okay. Ja. Jetzt sieht das aus. Ja, ich habe nicht drauf geachtet, so wirklich. Ich bin jetzt zum ersten Mal auch gereckt. Was war denn da wieder für Döllmer, ey? Na ja. Was ist denn jetzt aus unserem schönen Letzschweig hier geworden? Ist ja doch nicht so, oder? Du kostest so viel. Oh, oh. Oh. Entschuldigen Sie bitte. Ja, für Letzschweig musst du nur schweigen. Trinkt den da auf der Bühne mal zum Schweigen. Aber wenn der Schweighöfer schweigt, dann ist es doch nicht mehr lustig. Wenn der Schweighöfer schweigt, dann hast du Till Schweiger. Ab nach Braunschweig. Genau, da kommen sie alle her. Boah, der Sound. Ja, ne? Ich bin schon wieder ein Hai. Wo bin ich jetzt aber scheiße? Alter, diese... Aaaaaaah. Diesmal kann ich dich nicht safen. Ello? Warum nicht? Was soll denn der scheiß Report? Komm schon. Kippe Nase. Nimm mal eine. Was? Ja. Nimm mal eine Social-Ladung. Stark, du, Schi, ja, der. Ja, irgendwie geht das hier nicht vorwärts und auch nicht drückwärts, ne? Das geht nur seinwärts. Boah. Ich dachte mal Diagonal. Diagonal geht schlecht auf den Weg. Äh, wir laufen die ganze Zeit eigentlich diagonal, aber... Wollte ich grad sagen. YOLO. Diagonal? Ja. Ja. Sieg dich. Ne, okay. Wieder daneben getroffen. Genau, das tut gut. Ach ja, ach ja, warum ich eigentlich immer? Merk ich mir. Weil du der Vogel bist. Oh ne, nachher nicht rein ey, das gibt's noch nicht. Ey, das gibt's nicht. Jedes verfickte Mal gräbt er mich. Du wirst es die ganze Nacht merken, schreibt er, ist das so. Okay, okay. Gut. Herausforderung angenommen. Okay, hier mit Ansage sogar noch. Ich hab doch erst 3-1. Bin ich etwa schneller als mein Schatten? Verarschen wir mal wieder. Alter, was war das denn? Leck. Spin die Olle. Ich kann ja noch nicht so ein Damage reindrücken. Oh, die Ziege ey. Aber du kannst mir Döner machen. Ja. Oh, jetzt n Döner, ne? Jetzt werd ich auch nicht schöner. Ich mache das Werkzeug für den Job. Ah, ja. Was war denn das? Was hab ich denn gesagt gar nicht? Ich kaufe dir Döner für 3,50€. Hat mir auch gut getan. Äh, was war das denn Tibbers? Ohne Stun, ohne alles? Ja, nur damit Sinn hat. Was ich denn nicht wollte. Ehrlich. Oh. Ich nehme den hier immer, ne? Die wollen's echt wissen. Hm. Wollen sie. Ja, das ist nicht mehr so einfach jetzt auch, weißt du? Naja. Man wissen schon, was sie tun. Das ist es ja. Das hat man auch nicht alle Tage hier, um mal fährt zu glauben. Die Leblanc wartet nur auf mich. Ja, nur auf mich. Nice. Das kommt sehr gut. Da werden sie bestimmt jetzt mehr da hinten im Busch. Ja, ja. Ich habe das Werkzeug für den Job. Ja. Und den ist noch nicht genug OP-Damage, ne? Ja. Ich brauche als Anivien nur mal Träne und Kelch. Ja. Das ist OP-Mana-Schleuder, ehrlich. Ich kann ja auch nicht so viel machen. Das ist nicht viel anders. Ich müsste eigentlich auch sterben. Ja, ich auch. Wenn wir jetzt sterben, haben sie den Tau auf den Kopf. Ja, hat leider nicht ganz geklappt, André, sorry. Der macht nichts. Er hat auf diesen Schritt wieder. Zendet mal auch ein bisschen mehr Dimage. Hm. Die IMG. hinter einen was war das mit dem ja leute irgendjemand muss mal recken dass da jetzt schaden rüberkommt ich gebe dir gleich spiegelein wir spielen wenn er vom spiegel steht das geht gerade naja den roten sack Jetzt kann ich mir Wasser hängen, ja. Ja. Cool, ich lass nix machen. Freut mich mal. Na ja, musst du eh sterben. Ich hab auch kaum noch Damage, Alter. Ich brauch nicht mehr viel. Wir werden das schon davor verlieren. Ja. Glaub ich nicht. Was werden wir verlieren? Die Pommes. Wenn man sei der schlimm. Wir werden die Runde verlieren. Dann kann's. Ja. Schaden schon. Nur die falschen Leute kriegen die Kids. Meinst du mich jetzt damit? Beispielsweise. Weißt du, die mit dem harten Flächendamage teilen kein Damage aus. Bin ich etwas schneller als mein Schaden? Das ist das Problem. Bleib da wo du bist. Ja, nicht aufgehen. Genau. Die sind machbar. Sind zwar ein bisschen anspruchsvoller jetzt hier grad mal. Muss man einfach sagen so. Der ist halt sehr ausgeglichen. Ja, weil es auch 30 Leute haben, die Tower Diven können. Ja. Kommt noch dazu. Die Combo natürlich wie immer. Oh lol! Erstmal über die Wand backen. Na klar. Ben, wie viel Gold hast du schon? Gleich 5. Boah. Das ist wie Lima sterben. Ja, mach ich jetzt mal. Ja. Geronimo! Ich will auch endlich mal sterben. Boah. Ja, dann mach das abwechselnd. Einer nach dem anderen. Du bist echt 13 Uhr da. Und das ist mal alles. Verschreiben neben 12. Loll, ey! Gibt nicht. Sag ich nix mehr zu. Es ist unglaublich, dass er mich wirklich noch kriegen kann. Und her. Was? Und hier hat sich ein Upli-Termisch rausstufen? Was? Oh tja, ein Upli-Termisch rausstufen. Ich weiß, ich wurde mal ein Stück vorwärtsgekommen. Haaa, er ist das erste mal gestorben. hat zwar nicht so viele kids wie beispielsweise es wenn so einen mehr zum vergleich als gegner ich habe sie fast gehabt dann schon mache ich ganz sicher keinen schaden und zwei das haben sie haben wir deine musik dazu ist schon ich bin bisher nicht einmal gestorben ja das musste jetzt mal langsam ja jetzt wirklich du bist einmal gestorben jetzt ja okay einmal okay ich dachte du musst jetzt auch noch ich musste gerade ja auch weil irgendwann ist es einfach noch ein krampf für die anderen ist jetzt offline die ulti verbraten das ist nicht toll in meiner generation von 60 60 standard 16 denn muss ich auch haben ich muss so eine ruhe gebetet oh ja nice Nein, nein, das lässt es mal schön bleiben. Oh, bist du fast tot? Wie geh es nicht? Ich bin tot. Ich hab mich jetzt geoffert, ne? Ja, dann müssen wir jetzt auch. Ja, komm, du schaffst jetzt. Äh, supi supi. Sven? Was? Überflüssig? Nein. Der Flash? Meinst du, er hätte auch anders kommen können. Ist doch ein Liter in meinem Messen. Ja, klar, aber... Okay. So wie die spielen, weil ich jetzt nicht sicher bin, da würde ich noch jemanden werfen, oder nicht? Ja. 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 Die Fans. Ja. Noch nicht. Okay, die Fans. Schöne Dinge. Was war das denn? Sind wir auch da zu flippen? Äh, nein, das war mehr Annie, die auch so mitgeflippt ist. Und das war halt zum einen 6W und... Steven's Kuh. Okay, ne, hab ich nicht drauf beachtet. Ne? Weiß ich, es kann ja auch hochschmeißen, so ein bisschen. Ja. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Das war das. Das war das. Nehme den Heel ein, bitte. Daniel, du bist gemeint. Hm. Lass dich nicht eiskalt erwischen. Genau dazwischen, ey. Puh. Das war echt knapp. Scheiße. Das war echt knapp. Blöde, was? Ohne. Nee, 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 nee. Was mich auch immer wollen. Na komm, wo ist der Blau? Nee, vorne bestimmt wieder einem anderen. Und da ist er nicht. Da ist er. Da hinten. Da. Natürlich. Hab's vorher angezeigt. Na ja. Och, komm schon. Ey, diese Reichweite ist unmöglich. Ich tu doch auch nicht. Essen, äh, Essen, Meter vor meinem Mund, in, reinkriegen. Na ja, einschön, schnell. Das ist unlogisch. Aber das war mal ein Pferdefresser. Jo, genau. Rennt. maus speck also steckt er kommt aber doch raus wir gehen dann mal andré hätte haben können ja hätte du warst out of range aber andré hätte haben können ein tippers du kriegst kommt dann nicht weg aber ich drücke immer noch zu viel nicht wenn das so weiter geht könnte das echt ein ganz schön langes match noch werden ja wie ich ein show 0 damage drückt was hat mich gestand bitte das war mir auch gerade ich konnte nix wir müssen uns dann wer bis jetzt mal verdammte scheiße noch mal aufhören lassen uns hier graben zu lassen jetzt kann es nicht sein warum passiert mir das nicht ja mir auch nicht ich war eben gerade gestern da konnte ich nichts machen mir passiert eher sowas boah was ja sowas ok konzentration ich dachte ihr hättest schon nanny rausgekloppt äh tibas nice schade das ding ist gerade schon wieder volles ohr weg warum machst du das da brauchen wir noch nicht mehr so nah rangehen als ob er jetzt auf einmal zur seite grab anstatt genau auf einen drauf ja du kennst auch den grab von blitz ich hab jetzt nicht so die lust aus hier einfach wieder weg zu gehen ne ich hab auch keinen bock zu verlieren nicht gegen solche leute wir haben es verdient jetzt aufs maul zu kriegen ich muss halt im fucking tiefstehen das ist das woanders weil das im maul das natürlich nicht verblüßt und sobald ich tue 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 das passiert nochmal wenn man nicht und machen was ich möchte ja aber jetzt möchte was läuft Oh man, Headshot Power mindestens, plus in Hit Nice Ja, weiter Was soll? Weg Schnauze So Nice, super Bleib stehen Und dasselbe noch einmal, dann haben wir das, Leute Shit, ja, gefehlt, sorry Hey, for realy LOL Wie ist das denn? Wie ist denn jetzt noch draufgegangen? Ratsch Ist da drauf gelatscht Auch nicht schlecht Aber wenn er meint Muss er das tun, muss er es annehmen Er hat zum Minen keine Kraft Verfehlend Was ist das? Badoom Nehmen wir uns das näher an Ja, 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 ja Ihr fucking lebt blöd, ey, Alice Nur da drin Der Wolf-Clear ist nicht schwer Ne Also das Was ist das denn denn hier? Was ist das denn Timbers gewesen? Kein Stunt, kein gar nicht Ja, das ist ne Ablenkung, pass auf hier Habt ihr gesehen, wie der kassiert hat? Ja, der Tipp ist, das ist nur die Ablenkung Ja Kann doch nicht noch mal drauf Genau Kann das mal kassieren gehen, ne? Glück Nice Genau, weg damit Du sagst das Woah, alter, danke André Ja Scheiße NP NP, NP, NP Go, go Macht er Vergessen den Krippling Das war nice Ja, da hat die leblöd dann wieder einen rausgehauen, ne? Das hat sie dann wiederum vergessen Wenn sie nur auf einen gammelt Selber schuld Nice Sehr schön Was nehmen wir denn noch da? Zuck Sehr schön, machen wir Sack Jaaaa Nice, sehr schön Easy GG Nice Sehr schöne Runde, alter Ich hätte mich so geärgert, wenn wir das noch verloren hätten, ne? Gegen solche Leute, alter Da muss man einfach deliveren Die müssen aufs Maul kriegen, solche Leute HF, ja Ja Ja, alles klar, das war's für hier Siehste, hab ich zwar gleich ein Report für bekommen Wow Ach, ich hoffe ich nicht Alles klar Ja, das war's für hier Vielen Dank bis zu sehen Bis zum nächsten Mal Genau Eine blumenlose Gletscherspalte Umgeben von einer uralten Feste Oh lol Ich habe ein Krim Ich habe einen